Ein Ernährungsberater ist Spezialist auf dem Gebiet der Ernährung und behandelt Kunden oder Patienten mit maßgeschneiderter Ernährungsberatung. Der Beruf des Ernährungsberaters kann nicht einfach mit dem Beruf des Gewichtsberaters verglichen werden, da sich ein Ernährungsberater auf Ernährung in Bezug auf Krankheiten spezialisiert hat. Die Arbeit eines Ernährungsberaters geht daher über die reine Ernährungsberatung hinaus, denn ein Ernährungsberater kann sich mit Patienten auseinandersetzen müssen, die eine bestimmte Krankheit haben. Denken Sie zum Beispiel an Diabetespatienten oder Menschen, die eine Allergie haben. In vielen Fällen werden diese Arten von Patienten von einem Hausarzt oder Arzt an einen Ernährungsberater überwiesen. Kurz gesagt, die Arbeit eines Ernährungsberaters kann am besten als Förderung der körperlichen Gesundheit von Patienten beschrieben werden. Ein Ernährungsberater hat auch eine wichtige beratende und motivierende Rolle im Bereich Ernährung und Gesundheit. Der Beruf des Ernährungsberaters ist ein gesetzlich geschützter Beruf, sodass sich nicht jeder einfach Ernährungsberater nennen kann. Es ist nicht notwendig, eine Überweisung von einem Hausarzt oder einem anderen Spezialisten zu erhalten, um zu einem Ernährungsberater gehen zu können. Ein Ernährungsberater muss sich nicht nur mit Menschen auseinandersetzen, die übergewichtig sind, denn auch andere Menschen können zum Beispiel zu einem Ernährungsberater gehen, weil sie eine Krankheit haben. So können Menschen aus verschiedenen Gründen mit einem Ernährungsberater zu tun haben. Denken Sie zum Beispiel an Athleten, die zusätzliche Anleitung benötigen, weil sie eine gute Ernährungsberatung benötigen, um eine bestimmte Leistung zu erzielen. Darüber hinaus können Menschen vorübergehend mit einem Ernährungsberater zu tun haben, zum Beispiel nach der Operation. Es kann vorkommen, dass operierte Menschen vorübergehend Schwierigkeiten beim Essen haben oder bestimmte Lebensmittel aus gesundheitlichen Gründen nicht konsumieren dürfen. Diabetes-Patienten benötigen im Allgemeinen auch zusätzliche Anleitung, wenn ihnen gesagt wurde, dass sie Diabetes haben. Es ist also nicht so, dass ein Ernährungsberater nur mit Klienten und oder Patienten zu tun hat, die übergewichtig sind.